und ein wunderschönen guten morgen zu Resident Evil Zero ich grüße euch so also dann beim letzten mal was glaube ich etwas verzwickt oh mal so mal kurz nein wo wir eigentlich waren Rebecca hat gespeichert in der halle oha weil ja der masterplan sowas von in die hose gegangen ist das kracht sind ich die leisen schritte die überlebenden das sind die leisen schritte der zombies ok es sind beide auf warnung wir haben nur noch ein einziges speicherband ich wollte ja eigentlich diese drei sachen einsetzen und zurücklaufen aber das gegen gehörig in die hose als diese schöne gebäude hier als diese schöne gebäude hier einen moment habe ich vielleicht erkannt wo wir waren eine sekunde da muss der billy nicht mit der pistole gegen die affen antreten ich weiß Rebecca ist etwas schwächer aber aber mit einer schrotflinte kann man auf besser schießen wie mit einer pistole gegen diese kleinen mini hunter viecher die affen haben sie wirklich in sich na gut mir bereitet immer noch kopf zerbrechen was der code für die magnum ich schätze da ist die magnum drin ist in diesem koffer eine sekunde die chance ist verschwindend gering aber vielleicht gibt es hier irgendwo einen hinweis gerichtlicher transport gefühl das wird wahrscheinlich für den billy sein vorgesetzte passagier bremsen untersuchungsbefehl richtlinien für auszubildende vielleicht ist hier bei den zweiten akten dabei für alle mitarbeiter tagebuch eines menschen mit praktikanten der dann zum zombie wurde marcus tagebuch 1 nein das mikrofilm wird ist es auch nicht nein die zweite liste der insassen ist es vielleicht hier dabei nee da gibt es auch keine zahlen stromregler notizen der ersten untersuchungseinheit nein auch nicht vielleicht das gedicht aber auch nichts was zahlen angeht und akten drei haben wir noch gar nicht okay na gut die schrot finde haben wir auf jeden fall dabei ich glaube rebecca könnte dran kommen so entschuldigt bitte von wo das heißt einmal hier runter mal kurz noch mal die steuerung ausprobieren die molotovs müssen wir auch mal bald benutzen eventuell okay das bedeutet einmal hier durch ich schätze dieser eingang ist oben wo wir diese vier zombies abgeschossen haben die uns fast gefressen 9 da werden ja immer mehr offen da kommen wir immer mehr offen ekelhaft na okay das waren zwei affen aber rebecca hat ordentlich erwischt dabei verdammt aber ich glaube es waren sogar mehr oder ja es war sogar dieser weg juhu hier müsste eigentlich irgendwo billy rumstehen wie sieht der plan weiter hinaus wir brauchen eh beide wir brauchen eh beide wir brauchen eh beide okay das heißt das heißt rebecca lässt mal kurz einmal die schrotflinte liegen alter rebecca geht es noch ein stück schlechter wie ein billy weil die affen haben wohl ordentlich wumms in den krallen so und ich glaube das war doch eine kirche die da stand wo und wir sind komplett voll okay machen wir mal den weg frei falls hier irgendwelche viecher sind falls hier irgendwelche viecher sind es fehlen noch komplett achten drei also ich habe die hoffnung ich habe die hoffnung dass es dann doch weiter geht was mich sehr freuen würde okay also dann rebecca bleibt mal draußen auf der steinplatte stehen ich glaube das war der falsche weg eine waffe bekommt trotzdem so oh beiden gibt es aber nicht mehr so prickelnd heilungstechnisch bin mir grad unsicher vielleicht noch ein zwei kräuterchen da aber hm mal sehen wir müssen eh sparsam umgehen mit diesen schönen kräutern weil fast keine mehr da sind so das war rebekkas part das bedeutet wir können einmal mit billy reinlaufen mit der schrotflint im anschlag eine kirche hier ist ein alterat trotz der heiligen aura scheint es scheint irgendwie unheimlich da hast du gar nicht so unrecht billy nur einen seitlichen weg nach rechts ich glaube ich lass auch demnächst mal das messer liegen ja ein speicherband sehr nice schrotflinten munition und und munition für den granatenwerfer ich ahne schreckliches ok dann lassen wir einfach mal das messer liegen hier das farbband ist eigentlich auch sehr wichtig weil wir hatten echt nicht mehr viele speicherungen übrig hm sollte man eigentlich auch schon fast mitnehmen leider gibt es auf dem weg zurück affen die wir ausschalten müssten das wäre blöd na gut dann würde ich sagen das farbband lassen liegen der rest kommt mit abgesehen vom messer ok mal sehen was uns erwartet eventuell der tod äh hier gibt es nur einen speicherraum oh ist das latein das da steht hm mehr gibt es hier nicht ich bin verwirrt alter nein eine riesige fläder maus nein eine riesige fläder maus bohes hoступ boro wo noch eine falle was wesen flink Aus der kleinen Fledermaus kommen noch große Fledermause raus, super. oh, nein, nicht auf die kleine Fledermaus zielen, au, nein, nein, ich bin in die Falle reingetappt, verdammt. Zero. Zero. Hm, okay. So, verdammt. Das bedeutet, wir müssen das mit dem Zeug, was wir dabei haben, schaffen. Hm, 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 hm. Oh nein. Ich probiere mal kurz was aus. Ich würde die Schrotflinte eigentlich wirklich gerne gegen... Ja, es klappt. Ich würde die Schrotflinte wirklich gerne gegen den Granatenwerfer austauschen. Ah, das wäre ein schöner Hinweis, die Fledermäuse hinten in der Ecke, okay. Was zu heilen wäre auch nicht schlecht, aber ich glaube, die Napheimgranaten, die hätte ich jetzt doch auch gern dabei. Auch wenn das bedeutet, dass wir nochmal in den Affen vorbei müssen. Hm, 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 so. Töten oder nicht töten? Hm, ich lass das mal. Hm, 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 hm. Oha. Verdammt. Verdammt. Okay, die Affen, die weißen, die Zweck. Ich glaube, das war nicht schlecht. Vielleicht muss man öfters entlang. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Hm. Hm. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen was rumliegen. Hm. Hm. Die Magnum wäre ihm jetzt auch sehr lieb. Okay, mal organisieren. Okay, mal organisieren. Laa Vent 매�öl. Maas Hall… Raaus. Ah hallập Her Nichole. Vielen Dank.